das ist marco petrini und lukas puerero so und jetzt geht's auf die zielgerade und über die wiese überholt hier sensationellerweise richard lietz also das war ein foto finde ich da brauchte man auch einige zeit um anschließend den sieger bestimmen zu können aber auf den allerletzten meter hier sehen wir die wiederholung beschleunigt er über die wiese am ferrari vorbei am ende sind es gerade mal 400 sekunden vorsprung für die mannschaft